was ist schön jetzt mit sechs leuten geht es auch alles wesentlich schneller wenn ich mal so eine großen aufträge verteilt wie zum beispiel die ganzen boden polieren oder ähnliches genug baumaterial haben inzwischen auch wieder das heißt wenn ich das in hier alles erweitert kann ich die wände auch ordentlich hochziehen und ich kann die mauern nutzen um auf taktische sachen draußen zu basteln jetzt haben wir mechanische bank das hier forsch als nächstes mal geothemal energie go go und bau so einen waffentisch mechanikwerk bank ich brauche echt mehr kämmerlein für sondermaschinen hole ich erstmal dahin und dazu bekommst auch noch ein rock mal gucken was wir alles herstellen können also dass man einfache pistolen gewehre sind oder auch die richtig guten sachen aber ich brauche auch richtig gutes zeug also gold oder so für leiter so aufgaben aufgabe hinzufügen zerlege mektoiden stell military helm her kevlar helm ammo west pistol shotgun assault rifle super so greifen details blitzig ja 100 stahl und vier bauteile also ich brauche wirklich dann auch robotgegner demnächst damit ich überhaupt das ganze stahl ankommen ist ja nicht so dass hier draußen rumliegt die ganze schlack habe ich schon eingesammelt okay warte mal wir hatten hier bestimmt noch irgendwo stahl zum abbauen in der nähe da ist was aber das ist nicht wirklich viel abbauen mach das bitte alles weg was bist du silber ja das nehme ich auch mal mit da sage ich nicht nein da sind bauteile die brauche ich dann auch also die nächsten tage ist bergabend angesagt und bodenschleifen und das war's die finsteren schneider kam mit energie schäden flaster gladius plus die knüppel stahl lang schwer die jade taschenmesser und stahlmesser und die sind sofort am angreifen okay alle mann kampf modus du warst pazifisten gewaltig genau also du kannst gleich wieder raus dass du das den schalter drücken batterien sind folge noch du hast keine waffe dann schnapp dir bitte die und der rest geht schon mal irgendwo hin in die nähe von dem möglichen angriff oh nicht so schnell nicht so schnell so du hast auch eine pistole geht dann so von wo kommt ihr von unten links das heißt die firmen kommen wahrscheinlich da lang posizieren wir uns erstmal hier du da du da und da hat sich wieder hingelegt ok kesser geh erstmal dahin koffe hier tail da so kesser du darfst mal kurz das hier ausmachen und danach das da anklicken und dann kannst du gleich wieder weiter komm mal wieder davon da dann können wir uns hier noch umpositionieren ja wie dahin der turm darf nur echt nicht explodieren mal wo sie lang gehen tratschen die da ist einer von euch schneller als die anderen also mal die müssten alle langsamer sein weil sie ja nicht alle aber ein paar von denen haben halt helme auf und rüstung an charakter so du bist neurotisch grüner da kein jogger nee ich warte einfach nicht krumpig werden ach so jetzt starten sie erst den angreif und sie teilen sich auf das ist perfekt denn sind die oberen abgelenkt durch den turm und hier die unten langen kopf kriegen die volle wucht unsere geschosse ab denn sterben hier hoffentlich ein zwei von denen dann fliehte ganze haufen okay genau plan und go gott gott alle man auf denen was machst du da nein nein genau deswegen soll sie das nein achso sie ist nicht tot sie ist nicht tot schieß das klappt hinten und vorne nicht da bist du du bist einer von den feind ja also die türme schießen halt uns in den rücken wenn wir zu nah an unseren türmen dran sind und die zu nah rankommen die feinde ja so ist er jetzt auch im boden steven wir müssen nur noch den da beschießen dass er da um geht dann sollte der rest fliehen ja piraten fliehen sieht zwar gerade nicht danach aus aber sie fliehen komm flieh ok down sofort aufhören und sofort angie retten wer ist sonst noch am stärksten angeschlagen tail ne tail retten fuck echt bling bling ok rette die beiden so wen haben jetzt noch stehen anna und kessa anna ist arzt super kessa nicht wirklich aber es ist besser von einem mittelmäßigen arzt ne als gar nicht oh stimmt an das doch gar nicht die kann sofort losgehen und steve retten so die machen wir hier mal eine krankenstation draus und hier draus nein nicht 19 so alle schön verarzten warum kriegst du nur bio zeug körper achso ja sollte okay sein du bleibst da drin einer fehlt noch oder tail ist da coffee ist da ne ok sind alle gerettet noch alle schön versorgt boah es hätte so in die Hose gehen können da ab ins so warte ab ins bett also ich muss wesentlich mehr micromansion bei dem kampf also was die Positionierung angeht das habe ich vermurkst und ich muss das vielleicht so hinbekommen dass die Türme nicht ja wie mache ich das also ich könnte hier eine Mauer hinbauen dann kann der Turm nicht nach hier schießen aber manchmal ist es ganz praktisch dass der Turm nach hier schießt also sollte ich vielleicht hier jeweils noch kleine Mauern hinstellen wo hinter wir uns dann stellen wenn der Fein kommt der Fein an den Türmen hängen bleibt und nicht an uns das kann funktionieren so erstmal hier alles ausziehen 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 ich freue mich gerade über die ganzen Waffen die da liegen aber das sind unsere Waffen Feinde hatten nur Nahkampfwaffen dabei und da lebt sogar noch einer Verweigerst Verweigerst Furchteregen kannst nicht besonders gut schießen von Natur aus fröhlich ein siebten Mann nein 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 erstmal sechs abwarten wir werden jetzt bestimmt schon erstens Probleme demnächst haben schwerer Nervenzusammenbruch bei Kessa ähm du versuchst äh genau erstmal ordentlich essen unser Ärzte sollte es nicht umkippen aber bevor du Bergarbeiten machst ein bisschen lieber das ganze Blut hier aufwischen wegen Krankheiten und ja warte Arbeit Bergarbeiter auf vier Reiniger auf eins Fisch Blut auf und komm also scheinen alle gut überstanden zu haben top ok Steven liegt noch wie geht's deinem Körper au au Steven hat sein Bein verloren ähm ähm das heißt du brauchst jetzt theoretisch ein Packlag oder? das heißt du bleibst die ganze Zeit nur im Bett liegen und wartest bis sie nach Hause kommt und ihr dann hier Herzchen machen könnt das ist ein interessantes Leben ähm nein was ich sagen wollte jetzt wo wir den guten Forschungstisch haben und noch eine gute Forscherin haben wir ja bald eventuell auch die Cyborg-Prothesen und dem können wir ihm ordentliches Bein geben und ihm vorher jetzt ein Packlag zu geben ist glaube ich nicht wirklich sinnvoll ja wobei es ist ich weiß nicht ob das denn quasi das andere verhindert aber dann bist du dafür jetzt halt mal ein Versuchskaninchen welches Bein war es? rechtes Bein äh implantiere Holzbeine rechtes Bein rechtes Bein so ich hoffe mal da geht dann alles mit rechten Dingen zu ähm 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 okay es wurde im Schlaf gemacht also eine sehr sehr gute Betäubung um nicht zu sagen voll Narkose ja kannst dich wieder einigermaßen bewegen Kaffee Kaffee hat kein Bett weil das hier umgesetzt wurde okay du Wählbesitzer Kaffee okay 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 und dann haben wir jetzt hoffentlich erstmal ein bisschen Ruhe jetzt wo der Angriff gerade kam so ein so ein Finsternis guck mal was wie eine Qualität das Ding am Ende hat oh eine Kobra ist verrückt geworden aber da ich vergessen habe die Türme auszustellen was völlig geplant war und das hier eh nur noch ein Turm ist sollte der Turm mit der Kobra fertig werden nein Anna ist die einzige die nicht kämpfen kann Kaffee hat eine zu langsame Waffe du hast keine Waffe in der Hand du hast keine Waffe in der Hand sehr gut jeder nimmt sich bitte wieder seine Waffe wo auch immer die gelandet sind habt ihr jetzt noch gar nicht aufgehoben Och Jungen Steven schnapp na du bist jetzt gerade ein bisschen langsam ne ich Kessa schnapp dir bitte das Ding Kaffee du hast was hey schnapp dir bitte die Schrotflinte und du ausziehen 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 oh ein Überschild fast kaputt ja warum arbeitet die eigentlich alle gerade gar nicht draußen beschränkt sich hier was das angeht nicht hier ist ja kurz drum Anna könnte ich jetzt auch wieder um stehlen dass die nicht reinigen auf eins hat sondern nur auf zwei Steine klopfen kann ich jetzt mal rausnehmen Suspend und Suspend weil wir haben momentan genug Steine und es gibt genug andere Sachen die wichtiger werden zu machen wie zum Beispiel sauber machen und Boden schleifen ganzen Stahl draußen abbauen die Leichen ausziehen und Waffen einsammeln und 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 ja schön alles auch machen gut so ein Fenster ist ignoriert Schalter wird endlich ausgemacht Klick so und die ganzen Sachen müssen dann auch alle eingetragen werden da geht das Hauen dann los der wird und wird eingeschmolzen für wieder neuen Stahl weil wir müssen die Türme auch wieder neu aufbauen ne ein bisschen teuer also wenn demnächst ein Händler kommt sollte ich vielleicht auch Stahl direkt einkaufen wenn es einigermaßen günstig ist aber wir haben zwar noch einigermaßen aus der Karte aber das wird auch nicht ewig halten deswegen sollte ich frühzeitig anfangen das auch zu kaufen und da wir gerade Geothermal Generatoren erforschen denke ich setze ich den Turm hier hin und da noch einen hin damit das dann funktioniert Sonnenfin sind jetzt vorbei und es wird dunkler oh Faultierfleisch ja ich habe nur noch mal kurz nachgeguckt ob es wirklich Faultierfleisch ist und nicht verfaultes Fleisch aber nein es ist Faultierfleisch das ist völlig in Ordnung das bitte einsammeln damit wir alles verkochen können weil die Vorrichter auch langsam weniger werden genau die beiden Sachen sind noch in der Liste aber wir haben fast gar nichts mehr Felder sollten dann wahrscheinlich auch mal wieder größer gemacht werden äh Zone Anbauzone ich wollte das da eigentlich erweitern na gut dann mach da Kartoffeln rein hier sind auch Kartoffeln Kartoffeln ja hier ist Mais okay da ist jetzt ab sofort überall Mais was ist da los? Achso Stromkabel die Stromkabel hier zählen irgendwie nicht die da schon wird mit dem Boden zu tun haben dass das eine unterdurch verlegt werden kann das andere nicht wie es ist die 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 Vielen Dank.